Nachdenkseiten Die kritische Website Grüne FDP, SPD, CDU Keine Stimme für die parteiübergreifende Kriegspartei Ein Kommentar von Tobias Riegel Die EU-Wahl berührt die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag nicht. Aber die Europawahl kann auch genutzt werden, um der eigenen nationalen Regierung einen Denkzettel auszustellen. Dieser Denkzettel sollte dieses Mal besonders heftig ausfallen. Und er sollte auch die CDU einschließen, weil die Oppositionspartei den Kurs der Kriegsverlängerung und der gefährlichen Verwicklung Deutschlands darin ebenso trägt wie die militaristische Bundesregierung. Ich denke auch, dass ein massiver Verlust von Grüne, FDP, SPD, CDU bei der EU-Wahl ein wirksameres Zeichen für den Friedenswillen der Bürger wäre als ein Wahlboykott. Dass große politisch-inhaltliche Veränderungen durch die EU-Wahlen, egal wie sie ausgehen würden, nicht zu erwarten seien, hat kürzlich der Wirtschaftswissenschaftler Heinz-Josef Bontrop auf den Nachdenkseiten im Artikel Die EU-Wahl wird nichts verändern beschrieben. In dem Text hat er die demokratische Verfassung der EU analysiert und diagnostiziert enorme Demokratiedefizite. Auch dass die EU-Wahl die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag nicht berührt, wurde hier schon gesagt. Symbolisch könnte die Wahl aber doch Wirkung zeigen. Ich fände es darum auch bei der EU-Wahl wichtig, dass die Parteien der hiesigen Bundesregierung ein schlechtes Ergebnis erzielen. Das könnte auch im deutschen Meinungskampf um die Politik der Militarisierung eine hilfreiche Dokumentation der Unzufriedenheit der Bürger hierzulande sein, auch wenn diese bei der EU-Wahl entsteht. Die Notwendigkeit eines solchen Zeichens ist offensichtlich. Zur gefährlichen und bürgerfeindlichen Politik der Bundesregierung ist eigentlich alles Nötige gesagt. Zu den Positionen der CDU zur extrem teuren Militarisierung und der daraus folgenden Politik der sozialen Kürzungen, sowie zur gefährlichen Politik Deutschland immer tiefer in einen unnötig verlängerten Krieg zu verwickeln ebenso. Zur von der FDP präsentierten Mischung aus Militarismus und sozialer Kälte sowieso. Bezüglich der Grünen soll hier nochmal auf Jens Bergers Artikel Wer jetzt noch die Grünen wählt, ist kein Mitläufer, sondern ein Mittäter empfohlen werden. In einem anderen Artikel wurde gefragt, wie kann man eigentlich jetzt immer noch die Grünen wählen? Aus diesen Beschreibungen ergibt sich für mich der Eindruck einer parteiübergreifenden Kriegspartei. Das bezieht sich leider inzwischen auch auf weite Teile der Führung der SPD. Die SPD bremst zwar häufiger schrille Forderungen ihrer beiden Koalitionspartner und wird dafür von Union und den Medien als Blockierer bezeichnet. Andererseits trug die SPD aber bislang dann doch fast alle Initiativen zur militärischen Eskalation mit. Die EU-Wahl bietet nun die Möglichkeit einer symbolischen Bestrafung der Ampelregierung. Ich hoffe, dass viele Bürger sie wahrnehmen. Ein schlechtes Ergebnis für die Ampelparteien und ein starkes Ergebnis für das Bündnis Sarah Wagenknecht wären meiner Meinung nach wirksamere Zeichen der Unzufriedenheit als ein Wahlboykott und eine niedrige Beteiligung. Es geht bei der Entscheidung zur EU-Wahl auch selbstverständlich nicht nur um die Symbolik im innerdeutschen Meinungskampf, sondern auch darum, im EU-Parlament die Stimmen der Vernunft zu stärken. Alternativen zur parteiübergreifenden Kriegspartei? Die AfD fehlt in der Schlagzeile. Gehört die Partei nicht zur parteiübergreifenden Kriegspartei? Die Haltung der AfD bezüglich Aufrüstung, Verhältnis zur NATO und zum Ukraine-Krieg sind zum Teil widersprüchlich. Es muss aber festgestellt werden, dass Stimmen aus der Partei etwa zu den Wirtschaftssanktionen gegen Russland und zum aktuellen Vorgehen Deutschlands im Rahmen des Ukraine-Kriegs teils erheblich vernünftigere Positionen vertreten haben als die Parteien der Bundesregierung. Anders sieht das aber zum Beispiel bei der Betrachtung des Gaza-Krieges aus. Dass die AfD für mich aus vielerlei Gründen keine politische Alternative darstellt, habe ich oft geschrieben. Ich verweise hier auch auf Jens Bergers Artikel AfD – Keine Alternative für Deutschland. Wenn man die EU-Wahl eher als symbolisches Zeichen gegen die nationale Ampelregierung nutzen möchte, sollte zu dem Slogan »Die Ampel muss weg« aber Folgendes mitgedacht werden. Die Forderung ist unter anderem aus diesen Gründen einerseits prinzipiell richtig. Die Bundesregierung ist bezüglich ihrer Politik, aber auch ihrer sturen und arroganten Selbstdarstellung unhaltbar. Die Umdeutung von selbst angerichteten Krisen zu höheren Gewalten, denen man sich entgegenstelle, ist unredlich. Beim Thema Krieg und Frieden sind einige Positionen brandgefährlich. Die soziale Frage bleibt unbeantwortet. Ein wirkungsloser Wirtschaftskrieg hat voraussehbar das Leben verteuert. Zahlreiche Bürger haben sich abgewendet. Dass aber dieser Slogan andererseits und angesichts der Realitäten im Bundestag oft viel zu kurz gedacht wird, habe ich im Artikel »Die Ampel muss weg«, ja, und dann beschrieben. Auf die sprachliche Verrohrung, die Ablenkung von zentralen Themen, die Flucht nach vorne bei selber angerichteten Multikrisen und andere Aspekte, die beim aktuellen EU-Wahlkampf in Deutschland zu beobachten sind, wird im Artikel »EU-Wahlkampf«, wie sich die Bilder gleichen, eingegangen. Baerbock als EU-Kommissionspräsidentin? In Brüssel mehren sich laut aktuellen Medienberichten derzeit die Anzeichen, dass Ursula von der Leyen nicht erneut zur Kommissionspräsidentin gewählt wird, selbst wenn die europäischen Konservativen, EVP, bei der Europawahl gut abschneiden. Laut Ampel-Koalitionsvertrag haben die Grünen das Vorschlagsrecht, sollte Deutschland einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin für das mächtige EU-Amt nominieren. Und da fallen nun plötzlich der Name Annalena Baerbock. Dies berichtet Politico. Baerbock könnte demnach auch für einen anderen Posten als Ressortschefin in der Kommission infrage kommen, sollte sie nicht das Amt der Kommissionspräsidentin erhalten. Man sollte auch im Zusammenhang dieser drohenden Beförderung für Baerbock in das höchste Amt der EU den hier folgenden Videoclip von einem aktuellen Wahlkampfauftritt der grünen Außenministerin sehen und auf sich wirken lassen. Diese Politikerin vertritt Deutschland in der Welt. Ich sag's mal ganz einfach, ja. Wir alle waschen in unsere Wäsche. Das gehört einfach zu unserem Leben dazu, wie die Freiheit und die Sicherheit. So, und dann ehrlich gesagt, ja, beim Waschmittel ist so ein Thema auch bei uns zu Hause. Also als gute Grüne, ja, kaufen wir Bio-Waschmittel. Das gefällt aber manchmal unseren Kindern nicht so gut, weil es riecht dann nicht so super. Und manches andere Handtuch ist bei anderen Leuten auch weicher als unseres. So, also Alternative finde ich relativ teuer, aber ehrlich gesagt, gehe ich auch nicht mehr so oft einkaufen. Das muss dieser Tage mein Mann übernehmen, also muss ich der damit beschäftigen. Nehme ich jetzt das Teurere oder nehme ich jetzt das, was Bio und Strahlkraft irgendwie zusammenbringt. Und am Ende, wenn man es, je länger man es anguckt und je mehr man die Texte liest, sagt man, irgendwie passt hier gar kein Waschmittel zu uns. Aber niemand würde doch auf die Idee kommen und sagen, also gehe ich jetzt raus aus dem Geschäft und wasche meine Wäsche nicht mehr. Weil wir verstanden haben, dann wird es dreckig und dann stinkt es. Und genau so ist es in der Demokratie. Wenn wir nicht wählen gehen, dann stinkt es. Dann sind andere da und dann wird es braun. Und das ist das, was unsere 75 Jahre Grundgesetz, 35 Jahre Friedliche Revolution bedeuten, für unsere Demokratie einzustehen. Jeden Tag und am 9. Juni auch im Wahllokal. Herzlichen Dank und herzlichen Dank, dass Ihre Schwiegermutter und Ihren Exfreund vielleicht auch noch über meine Waschmitteltheorie ein bisschen informieren. Dankeschön und schönen Abend und Heiden. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Die Weiterverbreitung unserer Inhalte.